The potential impact of quantum computing on banking is huge. Die Erste Digital arbeitet am operativen Einsatz von quantum computing in einer Partnerschaft mit IBM. Und wir von IBM sind stolz, dass wir die Erste Digital für diese Zusammenarbeit gewinnen konnten. Thanks to this partnership, we are taking the first step towards being quantum ready. Einsatzgebiete sind für uns beispielsweise die Lösung hochkomplexer Aufgaben, wie sie im Risikomanagement, aber auch bei der Betrugserkennung auftreten. Die hohen Ansprüche eines so innovativen Finanzdienstleisters an IT-Lösungen bieten für uns zahlreiche spannende Entwicklungsszenarien. Und im Gegenzug steht der Erste Digital mit dem Zugriff auf unsere Quantencomputer in Verbindung mit unserem Know-how schon jetzt die Zukunft zur Verfügung. It is a critical head start to use the bigger and faster machines as they become available. For example, quantum annealing can be used for portfolio selection and allocation. Wir widmen uns schon jetzt aktiv dem Thema Quantencomputing, gerade weil es sich dabei um ein Zukunftsthema handelt, das vielleicht sogar noch einiger Jahre vor einer konkreten Anwendbarkeit steht. Warum? Weil es für die Erste Digital essentiell ist, unsere aller digitale und finanzielle Zukunft von Anfang an mitzugestalten. Innovation gehört bei uns einfach zum Kerngeschäft. Wir tragen sie in unserer DNA. Ich denke, es ist super cool, dass Erste Digital diese innovativen Anwendung bezieht. Und ich bin sehr froh für uns, als wir unsere Hande auf einem Quantencomputer bekommen. Ich bin sehr froh für uns,